willkommen zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir im torsten das habe ich nämlich heute mittag in der folge wer sie nicht gesehen hat da oben ist noch mal verlinkt abgeschnitten am anfang da habe ich dieses will 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 dann drücke ich mal die taste aufnehmen und spreche sofort los ist natürlich ein bisschen doof also einfach mal ein bisschen warten und dann anfangen zu sprechen denn schneiden kann ich ja immer noch aber dennoch ihr habt es mitbekommen ich bin so ein bisschen ja so ein bisschen mal wieder bei euch unterwegs ich hatte einfach mal so ein bisschen luft dadurch dass ich jetzt nicht in der in der cwl bin doch ich bin glaube ich in der cwl aber ich war glaube ich heute nicht gesetzt deswegen habe ich mir gedacht ich gehe mal ein bisschen wandern war ein bisschen bei den herausforderungen spenden und bin dann in irgendwelche clans gegangen ich gucke immer mal wieder auf discord ich gucke in meine in meine kommentare rein irgendwo tauchen da immer tags auf und ich war heute schon in einigen clans also wundert euch nicht ich habe dann immer wenn dann keiner da war und der clan war teilweise offen dann habe ich immer kurz mal geschrieben schöne grüße bla 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 aber der clan fabelhaft hier hat mich denn richtig aufnehmen müssen sage ich mal denn ich musste mich hier tatsächlich bewerben vielen dank und grüße an euch danke dass ich kurz mal bei euch sein durfte denn ich ziehe auch ganz ganz schnell weiter aber wenn ich schon mal da bin check ich natürlich so ein bisschen liege also liege check bei euch hatte ich auch angedroht könnte motto sein ist heute einfach mal motto denn ich mich interessiert das so ein bisschen wie spielen eigentlich andere clans in den liegen spielt ihr 30er spielte 15er wie es wie es bei euch das matchmaking gibt es ja nicht wie ist das liga liga ranking so will ich mal sagen denn beim herausforderern sieht das gar nicht mal so übel aus muss ich mal so sagen da habe ich wahrscheinlich wieder zu zu stark zu schnell schwarz gemalt aber hier sah das schon ein bisschen interessanter aus wir gehen einfach mal rein in den ersten liga kampf beziehungsweise die sind jetzt schon im zweiten aber ich habe mir so ein paar rausgepickt aus den ersten lasst euch überraschen und ich gehe heute mal von oben nach unten durch also einfach mal eine andere reihenfolge denn manchmal fällt es mir dann auch schwer ich habe ja dann ich habe immer so ich habe immer so ein plan im kopf und was ich eigentlich machen möchte und manchmal geht dieser plan nicht auf das kennt ihr sicherlich auch aber mal sehen was er hier gegen dieses rathaus 12 gemacht hat also das ist rathaus 12 auf rathaus 12 wir werden aber auch noch andere kämpfe sehen ich habe noch zwei mindestens für euch im petto denn so die ultra dips hier ich glaube die die interessieren jetzt nicht wirklich sie sie sind interessant weil sie ja da sind sie sind sie sind einfach mal da das übrigens eine dreier adler def und die ball hat gar nicht mal so schlecht also auch das verkennt man immer wieder wenn du so ein eigentlich vermeidbare schlechtes dorf siehst und denkst du naja komm der hat der hat zwar eine adler art allergie auf drei aber der rest ist hier im schmuck am nachthemd nee so ist das leider nicht denn auch so eine so eine adler art allergie leider auf drei ist schon ist schon nett und wenn du dann noch nicht mal ein giftsorbe hast und das zwei drachen gegen dich lieber horst kevin dann hast du ein problem dann hast du ein problem denn die beiden drachen hier die verteidigen ganz nett die pusten und wenn die dann nicht im gift sind dann sind dann sind hier nicht verlangsamt sie machen nicht weniger schaden kann er vielleicht als tipp aufnehmen und mit so einem nicht so ganz gelungenen funnel ist es dann eher schwierig kleiner tipp hol dir erst das rathaus hol dir das rathaus mit karre helden von mir aus auch den worten dazwischen dann hast du den ein stern hier schon mal im sack und die anderen sterne oder die anderen sterne den anderen stern den holst du hier irgendwo in der base das ist einfach so ein bisschen liga regel hier dass man oftmals natürlich auf zwei sterne geht und ich kenne es ja selber aus meinen rathaus 11 und 12 bereichen aber werdet noch ein bisschen was aus rathaus 11 sehen ich habe im moment unheimlich viel stoff was ich eigentlich abdrehen kann was ich euch zeigen kann ich komme nur nicht dazu das ganze zeug einfach einfach mal wegzuschneiden ihr seht das jetzt glaube ich ich habe noch das t-shirt von heute nicht abend sondern von heute abend an bei meinem ersten video von heute mittag das habt oder heute abend das habt ihr heute mittag gesehen habe ich das fenster aufgehabt dann ist es hier frisch geworden dann ziehe ich mal mein lieblingshudi mit reißverschluss an das ist er hier und mache einfach mal eine zweite folge ich hoffe das gefällt euch und so könnt ihr zumindest ein bisschen mehr von mir sehen ich lasse ein bisschen was weg in meinen videos denn ansonsten schaffe ich das alles mit dem schneiden nicht aber ich möchte dem auch nicht hinterher hängen ich möchte euch ja schon ein paar aktuelle sachen zeigen dabei darf natürlich auch der nicht fehlen der mich ja eigentlich reingezogen hat in diesem clan es ist der feuerball und mit dem hatte ich kurz kontakt über discord das ist schon das ist sogar das ist schon ein bisschen länger her wo ich dann ich stelle auch immer schlaue fragen da dürft ihr euch nicht abschrecken lassen denn er hat mal gesagt komm mal in den klaren fabelhaft ich meine das ist auch immer so ein satz so da kann ich nichts mit anfangen ja dann 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 frage ich immer hinterher und dann also ja und dann und und dann kommt nichts man kommt lange nichts dann fällt demjenigen vielleicht keine keine passende antwort ein und ich hatte das dann aber noch irgendwo irgendwo so im hinterkopf und da ich dann heute sowieso so ein bisschen vogelfrei war habe ich mich dann hier beworben bin dann hier reingekommen und dann zeige ich natürlich auch den angriff von feuerball ich hatte erst gedacht er kämpft gar nicht mit in den ck hier aber er ist mit dabei er ist ein rathaus 11 also das ist 11 auf 11 hier mit artlaterie mit loons und mit den e-drachen eine andere truppe ist ja im moment unheimlich stark das werde doch auch bei mir demnächst beziehungsweise mal sehen ob ich am wochenende überhaupt folgen bringe denn wir wollen ja ein bisschen live stream wir wollen wir ein bisschen fun haben sowohl auf youtube als auch auf twitch tv und deswegen bin ich mir dann noch nicht ganz so sicher was eigentlich kommt beziehungsweise ob ich noch was für euch für samstag sonntag abdrehe das liegt ganz oder kommt kommt ganz auf den stoff an er hat hier nicht mehr viele elektro drachen ein er hat nicht mehr viele er hat nur noch ein aber mal sehen wie er es hier geregelt hat okay der x-bogen spielt sowieso keine rolle die luftabwehr war viel viel schlimmer und der multi war gut gemacht hier falle noch mal eine luftfalle vom multi und damit ist dann auch der der letzte elektro drachen hier geschichte jetzt hat er seine helden noch king noch zündbar 26er king und 40er queen zwölfer worden okay komische kombi aber passt schon zwölfer worden sicherlich damit die fähigkeit ab level 10 im fast fehlt mir auch noch so ein bisschen beziehungsweise ist fehlt mir nicht aber ich bin ja selber mit dem avatar auch auf rathaus level 11 und habe dort auch erst ein 11er worden oder so ich würde ihn auch gerne leveln aber es gibt ja auch so unheimlich viel zu tun zur zeit und das hat aber gut gemacht hier drei sterne vom feuerball auf die base hier also 11 auf 11 und ich würde sagen wir rücken noch ein tiefer mal sehen was ich euch noch auffangen konnte naja komm ich nehme mal die lola 2 hier mit rein ist also es gibt noch eine lola scheinbar und ich nehme euch mal die lola 2 mit rein ist ein rathaus 10 so wie ich das sehe mit 5er drachen 21er queen kein king dabei aber die base auch nicht wirklich gut also ich gebe euch nur den tipp als rathaus 9er ihr könnt ruhig die x-bögen bauen das macht nichts auch wenn ihr jetzt noch nicht so große helden habt wenn ihr die auf 1 habt dann habt ihr sie auf 1 und es ist eine defensive die ballert es ist eine defensive die ballert und auch wenn sie noch nicht so super viel schaden macht ich meine gegen rathaus sehen hast du dann noch ganz andere probleme auch das werdet ihr die nächsten tage sehen was ist dort eigentlich für ein kleineres problem gibt und aber ich glaube schön gemacht hier mit mit den drachen ich meine das ist jetzt ein dip und ihr seht wie weit die karriere mal wieder fährt die wäre wahrscheinlich einmal quer durch die base gefahren wenn das rathaus nicht plötzlich dazwischen stehen würde und hätte dort im wege gestanden aber ist nicht so schlimm das sehe ich auch in ganz ganz vielen klaren kriegen hier im moment in der cwl das unheimlich gedippt wird nach oben nach unten ja teilweise auch nach nach oben rathaus 9er müssen rathaus 11er machen das habt ihr bei uns bei den herausforderungen glaube ich noch nicht gesehen aber ich werde sicherlich noch mal darauf zurückkommen denn wir haben schon noch einige sterne geholt auch von rathaus 9 auf rathaus 11 2 waren da immer drin auch ich komischerweise komme ich mein schatz ganz gut zurecht im moment mit dem neuner selbst mit den kleinen kleinen neunern packe ich zumindest mit dem alex und mit dem mit mit dem donnerbengel habe ich leider mal wieder nur eingepackt und mit dem alex habe ich auch zwei gepackt auch mit dem barfuß habe ich auch von 11er zwei sterne gepackt das geht wenn die bases nicht so super stark sind sie aber trotzdem adler haben und das ist immer kleines problem der hatte mal gar nichts und der klank krieg der erste klank krieg ging auch ganz klar an den klaren fabelhaft hier gegen die devil brothers der zweite ich habe noch gar nicht reingeguckt der zweite sieht glaube ich recht stabil aus was jetzt die rathäuser angeht also völlig fair hier ein rathaus 12 gegen vier rathaus 12 war aber wenn man manchmal muss man auch ehrlich zu sich selbst sein ich auch das ist auch für ein 11er hier das ist auch für ein 11er locker zu machen und ich denke mal da ist der clan auch gut genug okay das ding ist auf drei ich habe euch eben schon gesagt das ding auf drei ballert das ding auf drei ballert die das rathaus allerdings nur auf 1 also rathaus level 12 auf der ersten aufbaustufe also ein stern das geht noch und ich denke mal das ist auch locker drin hier für die elfer der vor ich kann mir schon mal vorstellen der feuerball könnte ein bisschen was reißen wenn ich ihm gleich den entscheidenden tipp gebe das werde ich gleich auch machen und bei dieser ganzen folgerei hier natürlich wo ich jetzt ein bisschen unterwegs bin bleibe ich im moment völlig auf der strecke aber ihr habt es ja im live stream gesehen beziehungsweise in den videos ich bin hier durch und mache ein bisschen pass mache ein bisschen battle pass ich muss noch ein bisschen nachtdorf bespielen und ich habe glaube ich ich habe hier habe ich schon das klein update eigentlich gemacht ich habe schon gemacht das optionale update hier auch am emulator und ich komme hier so ein bisschen nicht wirklich nach mit meinen farm ist aber alles nicht so schlimm ich muss nicht alle fünf bobs hier gleich am ersten tag raushauen und farm sondern ich habe alle zeit der welt und kann hier eigentlich ganz piano für mich ein bisschen sein im moment ich mache mich gleich mal schlau ob ich nicht doch in der cwc scc wl heißt es ja oftmals also wenn ihr euch wundert dass sc steht für supercell supercell clan war league so ist es eigentlich das englische kürzel und ich würde die gern die truppe aber gern nochmal in den dunklen wolken verballern und da hätte ich euch gar nicht den cut machen brauchen denn ich habe ich habe meine base gefunden ich habe es gerade ich habe gerade die app bei mir ist übrigens die f9 taste aufnehmen aufnehmen ende und den immer mit hier ich kann ruhig mal so ich kann ein paar pokale machen ich habe heute abend schon 135 pokale glaube ich wieder gesammelt durch dadurch dass natürlich auch bei mir immer mal wieder ein paar leute droppen und wieso habe ich denn hier nicht alle riesen raus okay so einmal meine mauerbrecher ich gucke mal dass der flächenschaden da vorne weg ist am magerturm wo laufen die denn hin okay die laufen immer dahin hinter dem ersten gebäude hinter einer mauer einmal die helden dahinter gesetzt auch das müsst ihr euch merken die mauerbrecher laufen nicht zu der nächsten mauer die da offen ist sondern es muss ein gebäude dahinter sein ist keins dahinter laufen die manchmal unmöglich glaubt man man glaubt es auch nur ich glaube ich komme gerade meine klanburg raus wartet mal ich habe ja ich habe meine klanburg raus dann können die leute hier ein bisschen nach spenden jedoch so ein bisschen was spendenmäßig offen haben für ihre tagesquests solltet ihr auch machen also kleiner tipp gibt euren leuten auch die chance dass sie ein wenig spenden und dass sie zumindest zu ihrer tagesquests kommen deswegen mache ich meine cb auch leer auch oftmals brauche ich es gar nicht ihr seht das hier bei diesem angriff brauche ich das auch nicht wirklich und das ist aber nicht so schlimm es hat mich auf jeden fall heute gefreut ich werde gleich aus dem klan rausgehen auch wenn es mir ein bisschen es tut mir immer ein bisschen ein bisschen in der seele weh wenn du schon mal so ein bisschen mit den leuten gechattet hast und ich ziehe aber meine runden einfach weiter ich hoffe das hat euch in jedem fall ein bisschen gefallen hier einfach mal so ein bisschen liga check ich hatte es ja angedroht zwei folgen auf den freitag das gibt es auch bei mir eher selten und ich hatte aber mal so ein bisschen zeit und lust euch so ein bisschen was aus dieser großen clash of clans welt zurzeit zu zeigen denn ich habe unheimlich viel zu tun mit vielen rathaus stufen ihr sicherlich auch wenn vielleicht auch nur mit einem rathaus aber zu tun gibt es ja eigentlich immer und das freut mich nach wie vor das was ich tun kann ist in jedem fall das ist auch so ein wort nicht tun kann ich habe ein bisschen bonus eingeheimt okay es ist nicht so super super stark hier habe ich nicht zauber und passt aber ich kann mal wieder eine was schlägt er mir vor ich kann eine mauer machen mit fünf millionen elex aber er der bietet mir immer die ecke hier hinten an ich weiß gar nicht warum ich will doch erstmal da weiter machen vielleicht kann er sich das ja mal merken weiß ich nicht also fünf millionen die mauer in den sack gehauen ich hoffe das ganze ding auf dem freitag nachmittag hat euch gefallen wenn ja dann lasst mir am ende einen daumen nach oben da abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns am wochenende samstag sonntag mal sehen wie wir so zeit haben ich gucke jetzt erstmal dann geht es mir von ihr zu weiter liebe grüße bis dahin euer tuto